Es blöb süß, der Service. Vicky, Pitzer beladen! Du bist fast fertig. Nur noch eine Fahrt nach. Oh, oh. Du musst ans andere Ende der Stadt. Ich denke nicht, dass wir es dieses Mal schaffen. Querfällt ein. Das ist der schnellste Weg. Du bist ein Matschbeikblib. Du kannst sowas doch im Schlaf. Denk dran, was dein Vater gesagt hat. Siehst du Stolpersteine auf dem Weg, da kommt die Pizza nicht zu spät. Ganz ruhig. Gute Pizzas, leute Pizzas. Die fallen nicht runter. Ich hab sie. Warte. Nein. Je mehr du übst, desto besser wirst du werden. Du kannst das blühen. Ich schaffe es. Siehst du mich, Rekki? Ich kann es. Wurde ja Zeit, dass ihr endlich auftaucht. Ratet, wer einen neuen Rekord aufgestellt hat? Super. Also, das ist die Schnellfurt-Flitzer-Satteltasche. Wir haben sie bei jedem Motorrad der Stadt getestet, um herauszufinden, wer der Schnellfurt-Flitzer ist. Bei jedem Motorrad der Stadt? Seid ihr ganz sicher? Der Flitzer könnte vielleicht vor eurer Nacht... Könntest du mir helfen und die Rettungsrampe aufbauen? Ich meine, ähm, 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 vergesst einfach, was ich gerade gesagt hab. Äh, ich fürchte, der Schnellfurt-Flitzer wird auf ewig ein Rätsel bleiben. Jetzt! Muss los! Habt ihr das gehört, Leute? Ich denke, der Schnellfurt-Flitzer ist mein Vater. Wow! Oh! Ja! Äh! Das ist einfach super toll! Mein Pops! Der Schnellfurt-Flitzer in Aktion! Das wird so nichts! Seid ihr sicher, dass er es ist? Denn ich dachte, der Flitzer wäre irgendwie... ...flitziger. Er macht uns gerade was vor, damit es keiner von uns mehr hat. Ja! Das gefällt mir schon besser. Oh-oh! So was passiert manchmal. Ich glaube, du fällst gleich herunter. Hilfe! Mama! Das ist großartig! Wie cool! Du fahr'n! Oh wow! Das will ich auch können! Hm? 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 Ja! Hm? 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 Pops, ich habe nur versucht, Baby-Stil awesome zu sein für unsere Vorbildhausaufgabe. Und dann ist das passiert. Alles klar, wir kümmern uns darum. Was ist, Meister Blinker? Geht's Ihnen gut? Ist bestätig. Abgesehen von Code 99 bin ich Code 0. Äh, okay. Ich bin nicht sicher, aber ich fürchte, er hat Angst. Hypnozisiere ihn. Das reicht, Loop. Fahr doch bitte vor und mach die Straße frei. Überlass das Loop. Gut, sehen wir zu, dass wir sie abbremsen, Wachmeister. Ruhig, ruhig. Das funktioniert nicht bei dem Tempo. Vielleicht klappt's mit meinem Rettungshaken. Kannst du ihn einsetzen, wenn du schnell fährst? Ich kann's versuchen. Jetzt kannst du zeigen, was du von Steel Awesome alles gelernt hast. Top-Check! Spoiler-Haus? So pass ich! Bin bereit! Rettungshaken? Los! Oh, Vorsicht bei meinem Lack, bitte. Gut gemacht, Reki. Äh! 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 Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht abbrennen. Ich habe eine Idee! Wow! Könnte ich mir den Klotz ausleihen, DJ? Ja! Oh, bitte. Ja, Sie können ihn haben. Wow! Rick, ich fand das echt stark! Na dann los, Rettungsbike. Wie lautet der Plan? Alle für einen und Bikes für alle! Haha! Super Idee, DJ! So hält das Netz ganz bestimmt. Jetzt geh in Position, bis ich das Zeichen gebe. Jetzt wird Glib gerettet. Und losgesucht! Wuh! Keine Angst, Glib. Wir werden dir helfen. Ist gut, Bob. Suchen nur noch Dreck. Vielleicht können wir sie ablenken. So, genau! Super Sache! Jetzt kommt Teil 3. Die Dreckablenkung. Blut! Dreck frei! Na endlich! Ich darf alles ohne und lieb machen! Haha! Du kannst jetzt anhalten, Glib. Sie jagen dich nicht mehr! Sie jagen mich! Haha! Gut gemacht! Locke sie ins Netz! Warten! Warte noch! Jetzt! Ja! Zoomtastisch! Ähm ... Oh, nein! Sie ... Sie bewegen sich ja immer noch. Ähm ... Rettungsbalg, ich glaube, sie füttern das Netz als Nacht. 1, 2, 1 ... Ja! Ja! Endlich kommt der Wind wieder von vorn! Danke, Leute! Gut gemacht! Aber hört her! Da ist ein Riesenschlagloch-Problem vor uns! Benutz deine Bremse, Ricky! Ich versuch's ja! Aber meine Reifen sind so abgefahren! Ihr kommt vor! Und ich helfe, Ricky! DJ, verschiebt bitte die Absperrungen! Mit diesen Reifen kann ich alles wegschubsen! Ja! Na gut! Ich muss einfach nur gerade drüber fahren! Äh ... Oh! Blut passt auf dich aus! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Ich denke, das war jetzt genug für Rutsche! Wie wär's, wenn wir mich jetzt stoppen? Wie willst du das machen? Wir testen einfach, wie großartig eure neuen Reifen sind! Bike Buddies! Wir zoomen los! Perfekt! Jetzt falle Bremsen! Super! Langsamer! Langsamer! Puh! Danke, Leute! Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte! Wofür sind Bike Buddies denn sonst da? Rikki! Da bist du ja! Ich dachte, du wärst verschollen! Ich bin jetzt bereit für meinen Termin! Zwei nagelneue Reifen! Die bekommst du gleich von mir! Ich bin auch vorsichtig! Oh nein, tot! Sie ist auf der Riesenpizza! Ricki! Ich sitze ins Bett! Hilf mir. Nicht bewegen. Vergiss die Fernsteuerung. Ich habe euch nur vorgespielt, dass ihr mich steuert. Die Muffelklunk in dem Film. Aber jetzt sitze ich fest. Ist so gut, Tut. Ich bin hier. Ich helfe dir. Wir helfen alle. Ja, du kannst auf die Bike-Buddy sehen, Tut. Komm jetzt runter, Tut. Ganz langsam und vorsichtig. Ich habe Angst. Ich kann nicht. Wir sind direkt hier und helfen dir, Tut. Und dann gibt es endlich Pizza. Loob. Was? Die Pizzeria ist doch gleich hier. Ich kann das nicht. Doch, kannst du, Tut. Mit dem Gerät. Ich meine, mit deinem großen Bruder, der dir hilft. Kannst du alles schaffen. Dreh deine Räder. Also gut, dann los. Komm schon, der erste Sprung. Ja. Muss ich nicht. Gut. Da auf die Olive. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Na komm. Du schaffst das. Super. Sehr gut. Weiter, Zombie. Und da geht's wieder los. Kann ich irgendetwas tun? Ich könnte helfen. Ricky, warte doch bitte da drüben bei deinen Freunden. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Ich soll mich raushalten. Ein Filmstar macht sowas nicht. Oh, ich bin frei. Oh, vielen Dank, Hank. Danke, Helen. Das war noch schneller als letztes Mal. Oh, das ist ganz bestimmt der gute Blipp. Der Junge ist genau wie sein alter Herr. Das passt sicher gut in deinen Film. Wir sehen uns zu Hause. Na dann, ich trag mal weiter die Pasta. Vorsichtig, das ist ein Schlagloch. Mama, Pops, sie sind weg. Holst du ihn da raus, Ricky? Ich? Du bist ein... Rettung, Spike. Oh ja, ganz genau. Ich muss helfen, wenn ich es kann. Ricky, komm zur Rettung. Rettungsschart. Los! Einen Moment. Ich hol sie da raus. Für mich, mich. Für mich, Ricky. Gittler, ich hab's topiert. Danke, Tooth. Wow, das ist richtig gut. Er ist wirklich mega super toll. Oh! Oh! Ricky! Quietsch awesome! Äh, äh, ich meine Steel Awesome, Eilze Rettung. Du kommst niemals an mir vorbei. Steel Awesome, ich bin der Bösewicht. Ähm, nur kennst du doch nicht meinen... Steel Sturmwind Ninja Bike. Dein Steel Sturmwind ist zu stark, glaub ich jedenfalls. Er hat mich besiegt, nur weiß ich nicht wie... Mir geht's gut. Oh nein, tot. Jetzt könnte ich aber wirklich Hilfe brauchen. Hilf mir, Rikki. Tut. Mir reicht's. Ist Zeit, los zu suchen. Tauchen. Spoiler raus. Super sich. Bin bereit. Halt sie durch. Eil dich, Rikki. Ich hab mich tut. Es geht abwärts. Fest machen. Juhu. Hikki-Zoom, Hikki-Zoom. Wir geben mit ihm Gas. Suchen immer Abenteuer. Finden jede Menge Spaß. Er hilft immer die Götter. Die Ferien-Gottie-O. Hikki-Zoom, Hikki-Zoom, Hikki-Zoom. Hikki-Zoom, Hikki-Zoom. Untertitelung des ZDF, 2020